und heute spielen wir wieder wie ich sehen kann eine runde gewissig wird legen los in dem wir hier reingehen und wenn man sowas sagen gibt es eine info in meinte ich jetzt nicht er kam auf seinen schädel dabei zwischen männchen und weibchen zu unterscheiden der modernste vergnügungspark auf der ganzen welt ich das nicht schon mal gespielt ja ich glaube ich habe euch das schon gezeigt nicht egal nehmen sie doch alle platz schon ein tropfen blut enthält milliarden von dns strengen in bausteinen des lebens vor 100 millionen jahren gab es moskitos genau wie heute nachdem ein mosquito einen dino gestochen hatte konnte es vorkommen dass er auf einem mast landete und versteinerte wir nennen es bernstein mit den modernsten techniken konnten jurassic park wissenschaftler das konservierte blut des moskitos extrahieren und jetzt konnten wir ein dinosaurier baby erschaffen ja das habe ich euch schon gezeigt sie fragen sich das erste lebewesen ein mit dem sie kontakt haben genau so eine derartige kontrolle wie sie sie anstreben ist nicht möglich wenn uns die evolution eines gelehrt hat dann dass das leben einen weg findet was für eine spezies ist das das ist ein velociraptor nach acht monaten sind sie killer und ich meine killer ich habe fast alles gejagt aber die viecher sind so schnell 80 90 stunden kilometer wenn sie freie bahn haben wir haben ein erinnerungsvermögen also gut füttern wir diese zu groß geratenen heidechsen kommen sie schon los moment 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 wir haben in der ruhe doch die käfig sind nicht groß genug da passt ja kaum eine ziege rein irgendwo muss ich doch jetzt schließen jetzt haben wir auf jeden fall noch mal ist ein sie ja aber der fände weiter Okay Da um mir doch mal das wieder Was ist das denn? gehört das nicht zur gegenscheid tafel so ich kann mir hier letztens nie weiter deswegen die werbung da war ich bin ein bisschen weinchen kommen sie mein kollegen er wollte ich da schon raus so kommen sie raus wenn sie bloß nicht weg hätte wäre schlecht so ich spiele das übrigens wieder mit x nicht wundern warum da buchstaben sind die beim pc nicht so schön fressi 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 und krank fressen besser als ich es ist etwas schon morgen Woll ich nicht bohr.. Jemand anderes muss den Kran bedienen. Meine Verletzungen sind zu schwer. Die arme Kuh die will des werden. und schießt doch noch nicht was machen die da sie füttern sie das wesen des chaos du hast uns gefehlt das sind ihre fahrzeuge für heute nachmittag keine fahrer nein 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 keine waren elektrische und zwar auf dieser schiene in der mitte der straße keine kosten das mit dem chaos ist mir unklar kurz gesagt der schmetterlingseffekt ein schmetterling schlägt in peking mit den flügeln und in new york gibt es regen statt sonnenschein sehen sie sehen sie niemand hätte vorher sehen können dass dr klein plötzlich aus erfahrenden fahrzeug springt keine angst kommen sie ruhig es ist okay sie ist krank ich muss darauf bestehen dass wir weiterfahren wenn alle einverstanden sind würde ich gerne bei dr harding bleiben ok scheint alle sechs wochen bei ihr aufzutreten ich müsste mir mal ihr häufchen ansehen 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 ist das beständische flieder ja wir wissen dass er giftig ist aber die tiere fressen sie sicher ziemlich ja hier ist was hießen sie mal die sauber ja sehr schön kann man da irgendwie gut nicht jetzt haben wir ein gesammelt weg gucken wir mal wieder in den kakausen immer von fliegerbären ist drin ein eis machten ein eis in den karten diese geräusche aber ich werde diese geräusche gemacht hat mein monitor betroffen weil sie wieder so müde klingeln liegt daran dass ich ein wieder arbeiten war also nicht so rein dort das kagalaken oder was so dann kriegst du auch noch eine karotte gehen wir mal gucken was da oben ist kommen sie her ich muss da oben schießen so so und das letzte So, gießen Sie. Fangs. Eigentlich gieß ich ja, weil ich das ja mache, aber egal. So, komm her. Mikrovisik. Es ist interessant. Ihr geht. Schon okay. Eindruckend, Dr. Sadler. Sie ist wieder putzmunter. Wir sollten uns aber beeilen, damit wir das Besucherzentrum erreichen, bevor uns der Sturm erwischt. Okay. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut euch immer auf meinen Discord so vorbei, der es unten in der Videobeschreibung bringt. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandler. Ciao.